Okay, mal gucken, was jetzt anders ist dann. Ja, irgendwas muss sich ja jetzt geändert haben. Halt! Er hat den Lebkuchen komplett verputzt. Er ist jetzt auf jeden Fall abgelenkt, oder was? Wir müssen halt irgendwie vorne das Ding abkriegen, right? Und wir hier die Flagge machen können. Was machen wir denn mit dem blöden Kuh? Machen wir den jetzt einfach noch hinterher? Müssen wir den vorne irgendwo hinmachen? Oh, ah, das ist derselbe Dude! Oh, jetzt raff ich. Das ist derselbe Dude da. Und jetzt können wir die Kurbel nehmen. Ah, ich bin... Also manchmal stehe ich auch ein bisschen am Schlauch. Was ich auch immer da jetzt mitmachen. Passt. Können wir jetzt die Münzen kleiner drücken? Ich nehme sie wieder mit. Was soll ich damit nur jetzt machen? Musik wird bedrohlicher. Ich verstehe jetzt nicht, was hier jetzt den Unterschied macht. Ich nehme sie wieder mit. Wir machen sie hier dran. Und gehen raus, I guess. Und gucken, was dann anders ist. Dann beende ich. Ich bin noch nicht so ganz durch. Rein damit. Ich will immer noch das Ding im Kuchen verstecken. Ja. Hm. Müssen wir denn jetzt gleich nochmal ablenken mit Gebäck? Die Genossen aber so lange waren. Ich leere. Ich bin hart verwirrt. Gute Idee. Kann ich das Ding aber rausnehmen? Ich bin so dumm. Damit kann ich das Lüftungsgitter einfach aufmachen oder wie? Mit dem Ding? Nee. Okay. Ich dachte, maybe. Passt die da dran? Ja, ja, ja. Hä, ich bin so verwirrt. Die Sarkophage einschlagen damit. Ey, ich stehe so auf dem Schlauch. I don't know. Ich darf aber ja auch nicht kurbeln, right? Die nehmt ihr dann immer wieder mit? Läuft die Zeit weiter? Nee. Lachenmünze oder Warteschlange benutzen? Oh. Ihr habt aber doch gar keine flache Münze. Wo kriege ich eine flache Münze her? Oh mein Gott, really? Ich muss nochmal ganz zurück? Ah. Ich muss die Münzen... Oh Gott. Ich muss die Münzen plattfahren lassen. Ich kann nicht mehr. Wo kommt der denn her jetzt? Im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel. Münzen auf Schienen legen und warten. What the fuck? Wie hätte ich denn jetzt darauf wiederkommen sollen? Moin. Dobri Vietje. Guten Abend. Nicht viel los hier. Naja, um diese Uhrzeit. Ist außerdem nur ein Rangiergleis des Güterbahnhofs. Tourist? Ja. Ich mach hier Urlaub. Mit meiner Frau. Wenn Sie sie wiedergefunden haben, gehen Sie mit ihr ins Zentrum. Hat deutlich höheren Unterhaltungswert als das hier. Ist hier vielleicht eine Frau vorbeigekommen? Jung? Blond? Leider nein. Sie sind der erste Mensch, der mir seit Schichtbeginn über den Weg läuft. Well, shit. Auf Wiedersehen. Das wird dann ja. Joa, kommt hier jetzt irgendwann auch nochmal ein Zug oder eher nicht so? Wir müssen einfach einmal gehen und wiederkommen oder so. Ach ja. Ohne Gwen fahr ich hier nicht weg. Und wieder gehen. Und wieder hin. Es hat geklappt. Die Münze ist platt. So, dann sollten wir es jetzt auch schaffen. Ja, ich weiß nicht. Das sind so Sachen... Natürlich hätte ich irgendwie drauf kommen können, right? Ich steck mir trotzdem das Konfekt rein. Ich steck mir trotzdem das Konfekt rein. Rein damit. Alles rein, was geht. Ja, ich hatte die Szene irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Dabei war uns klar, als die Werkstatt vorhin, als man da nicht rein konnte, dass da noch was passiert. Hätte ich mir eigentlich denken können. Ich leere die Brüche. So, let's go. Die Ex-Münze ist dünn genug. Damit klappt's. Nummer zwei, drei und vier. Das war's. Bis extra keine Schlitze sind, damit man sie mit den Münzen machen kann. So, ich hoffe ja, dass die gehen. Scheiße. Das funktioniert bei diesen speziellen Schrauben nicht. Das fun... Die Kurbel passt nicht in meine Brieftasche. Schade. Dahinter ist ein ziemlich breiter Schacht, aber dazu müsst... Ja, 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 ja. Das fun... Ah. Ja, ja, natürlich passt das. Das hat uns aber nicht viel weiter geholfen. Die sogenannte Siegel... Ja, ja, ja. Äh, ich muss mich doch nochmal fragen. Platte Münze. Konfekt mit russischer Schraube benutzen? Habe ich das nicht eben probiert? Ich drücke das weiche Konfekt in das Schraubenprofil. What? Okay. Alright. I guess, wir machen das. Und jetzt... Fragen wir in der Werkstatt nach... Ob er... Ein Schraubenzieher hat, der in unser Konfekt passt. Ja, natürlich. Ich muss ein paar Schrauben nachziehen. Welches Profil und welche Größe? Ich hoffe, der Abdruck hilft bei der eindeutigen Identifizierung der Schraubensorte. Na also. Fünfkantiges Sternenprofil. Sehr selten. Ein Zwanziger müsste passen. Hier. Aber bitte vor Schichtende zurückbringen. Selbstverständlich, Genosse. Spasibo. Auf Wiedersehen. Das Wiedanje. Okay. Ja. Okay. Ich muss sagen, dafür, dass ich am Anfang vom Spiel so wenig Probleme hatte mit den Rätseln, diese ganzen Werkzeugsachen, die machen mich irgendwie ein bisschen fertig. Aber wo soll ich die denn reinstecken? Ich lese die kurze Schraubendreherklinge vom Griff. Okay. Die kurze Schraubendreherklinge passt rein. Die kurze Schraubendreherklinge. Let's go. Ich hoffe, wir brauchen nicht noch mehr. Ja, ja, ja. Tschüss. Weißt du jetzt immer noch nicht, wofür wir jetzt die Kurbel hier brauchen? Ah. I can imagine. Ich nehme sie wieder mit. Damit wir das jetzt gleich aufkriegen. Ich leere die... Passt perfekt. Naja. Potts Blitz. Es funktioniert... Als hätten die aber keine Überwachungskameras so... Jetzt kann ich mich hier verstecken. Ach du Scheiße. Stunden später. Na endlich. Viel länger hätte ich es in dem engen Schacht nicht ausgehalten. Zwei Stunden. Kannst du mir nicht verraten. Ich bin hier eingesperrt. Aber das ist auch gut so. Schließlich will ich den versteckten Zugang finden. Okay. So, Genossen. Jetzt nehme ich eure Sarkophage mal genauer unter die Lupe. Darf ich noch mein Zeug zurückholen? Hm. Ach du Scheiße. Jetzt müssen wir wieder warten, bis der weg ist, ne? Ach du Scheiße. Ich glaube, es ist schon zu spät dran, right? Hä? Ähm. War ich nicht? Gut, was steckt hier hinter den Kisten? Okay. really? das ist schon gesagt, wrap es nicht so spät��isch. Okay. Ja, ich stand ein bisschen zu weit rechts, der Gäste. Ui. Hm. Ja. Well. Muss ja auch mal Glück haben, ne? Jetzt oder nie. Da hängen Schutzanzüge und Gasmasken. Keine Spur von Gwen. Nur ein Lagerraum mit Kisten, Fässern und Regalen. Gwen. Ah, boh. Gwen, sag doch was! Was haben sie dir angetan? Ihr Puls rast und sie atmet sehr flach. Ich muss sie sofort losbinden und rausschaffen. Wenn ich Gwen hier rausschaffen will, muss ich sie erst von ihren Fesseln befreien. Stapelweise Akten über unbekannte Krankheiten und merkwürdige Todesfälle. Okay, beruhigend. Ein Skalpell, maybe? Ein Päckchen Zigaretten und ein kleiner Schlüssel. Besser als nix. Abgeschlossen, dachte ich mir. Let's go. Ich wusste, dass wir hier einen Skalpell finden. Das wird aber schwierig. Oh, oh. What? Was? Guter Wurf, danke. Ich war nicht so geschickt, als ich hier eindringen und zu euch stoßen wollte. Die haben mich erwischt. Was ist mit Gwen? Sie ist komplett weggetreten. Nicht ansprechbar. Man hat sie unter Drogen gesetzt. Wahrscheinlich ein Wahrheitsserum. Hoffentlich war die Dosis nicht zu hoch. Wir müssen sie sofort in ein Krankenhaus bringen. Sind sie wahnsinnig? Die würden das sofort melden. Nein, es muss hier irgendwo das Gegenmittel geben. Ein Lügen-Serum. Na also, sie oder ich? Naja, ich bin emotional aufgewühlt. Machst du das mal. Machen sie schon. Wir haben keine Zeit. Das war's. Bald geht's ihr besser. Los, raus hier. Unser Zug in die Freiheit wartet nicht. Warum war das jetzt wichtig, dass wir uns da entscheiden? Ich meine, sie ist halt meine Tochter. Ich würde halt niemals so ruhig halten können wie sie. Aber warum mussten wir das auswählen? Sie hat immer noch sehr hohes Fieber. Hey, wie geht's dir? Papa? Was? Ich dachte... Psst. Bleib liegen, Schatz. Anna? Ich hab deinen Vater hergebracht. Allein hätte ich dich nicht befreien können. Hier. Trink das. Weißt du, was diese Leute von dir wollten? Anna. Ist schon okay. Die haben immer nach dem Wikingerkästchen gefragt. Ich sollte alles genau beschreiben. Die Verzierungen, die Runen, aber ich konnte das nicht so gut. Da haben sie mir Spritzen gegeben. Warum interessiert sich der KGB für ein Artefakt aus der Zeit der Wikinger? Vielleicht steht ja hier was dazu drin. Ist dem Arzt heute wohl irgendwie aus der Tasche gefallen. Darf ich mal sehen? Komm, mein Schatz. Du musst versuchen zu schlafen. Botan, ich wusste es. Was? Das Projekt der Nazis, an dem der KGB jetzt weiterarbeitet. Die Schatulle ist der Schlüssel zur Kraft der Götter. Woher zum Teufel wissen Sie das eigentlich alles? Mein Vater war Oskar Brunner. Vor dem Krieg arbeitete er als Physiker für einige Zeit am Nobelinstitut in Stockholm. Dort hat er die Schatulle entdeckt und nach Deutschland gebracht. Im Laufe seiner Forschungen in der Rüstungsindustrie stieß er auf ein Geheimnis, das in seinen Augen auch auf ewig ein Geheimnis bleiben sollte. Lassen Sie mich raten. Die Kraft der Götter. Auf der Schatulle fand er Reste einer unbekannten Substanz. Mein Vater wollte um jeden Preis verhindern, dass sie in die Hände der Nazis gelangt. Diese Entscheidung musste er mit seinem Leben bezahlen. Es scheint, Sie sind nicht nur Nazi-Jägerin und Agentin, sondern auch eine sehr talentierte Geschichtenerzählerin. Was soll's. Meine Tochter ist in Sicherheit und das böse Kästchen wurde zerstört. Zeit, nach Hause zu gehen. Kennen Sie die Geschichte von der Schatulle der Neuen Welten? Nie gehört. Thor hatte die angeblich bei sich, als er nach Midgard zu den Menschen kam. Gibt's neuerdings Unterricht in nordischen Legenden? Meine Mutter ist spurlos verschwunden und mein Vater ständig in irgendwelchen Kriegen. Da hat man viel Zeit zum Lesen. Die Verzierungen auf der Schatulle sollen eine Art Karte darstellen, die zu Thors Heimat führt. Asgard, Sitz der nordischen Götter. Ich bin davon überzeugt, dass unser Wikingerkästchen eben diese Schatulle der Neuen Welten war. Na und? Die Schatulle wurde zerstört. Sie erinnern sich? Stimmt. Aber es gibt da jemanden, der uns vielleicht helfen kann. Professor Edward Landry. Ein Landsmann von ihnen. Damals Kryptologe an der Militärakademie in Sandhurst. Er bat meinen Vater um Fotos von der Schatulle. Offenbar wollte er die Runen entschlüsseln. Sie wollen nach Sandhurst? Da kommen Sie nicht rein. Ich nicht, aber Sie. Ich sagte doch, dass die Sache hier für mich erledigt ist. Ich kann froh sein, wenn man mich nicht als Deserteur an die Wand stellt. Überlegen Sie doch. Wenn wir Erfolg haben, dürfte Ihre Regierung Sie in allen Ehren und mit einer stattlichen Abfindung in den Ruhestand entlassen. Dann hätten Sie auch endlich viel, viel Zeit für Gwen. Und ich viel weniger Zeit zum Lesen. Aber okay, ich bin dabei. Moment mal, junge Dame. Willst du mich schon wieder abschieben? Aber Gwen... Das könnte gefährlich werden. Wolltest du das sagen? Ich wurde entführt, ins KGB-Hauptquartier gebracht und gefoltert. Sehr viel schlimmer dürfte es mit dir zusammen kaum kommen, oder? Außerdem kannst du mich so immer im Auge behalten und auf mich aufpassen. Wo ihre Tochter recht hat, hat sie recht. Ich finde, Gwen ist ein aufgewecktes Mädchen. Sie könnte uns mit ihrem Wissen eine große Hilfe sein. Und ab und an vielleicht auch nützliche Dinge wie Notizbücher organisieren. Na schön, von mir aus. Was kann ein Mann gegen zwei solche Frauen schon ausrichten? Dann los. Wir sollten keine Zeit verlieren. Auf nach Asgard. Es gibt hier eine undichte Stelle. Ich werde den Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft ziehen. Aber ich würde mich niemals einem direkten Befehl widersetzen, Genossin. Bitte. Ich verbürge mich für meinen Assistenten. In diesem Fall... Müssen Sie der Verräter gewesen sein, Doktor. Oh. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Genosse. Ab sofort leiten Sie dieses Labor. What's going on? Was passiert denn hier die ganze Zeit? Damit Sie nie vergessen, wofür Sie arbeiten. Holy... Warum dürfen wir das jetzt aufmachen? Frau Genossin, es reicht. Wenn Sie nicht innerhalb von zehn Tagen die gewünschten Ergebnisse vorlegen, ist Wotan Geschichte. Und Ihre Karriere vermutlich auch. Das Politbüro sitzt mir bereits im Nacken und mein Interesse, mir für Ihre Inkompetenz, einen längeren Urlaub in einem sibirischen Gulag einzuhandeln, hält sich in sehr engen Grenzen. Ich werde meinen Kopf jedenfalls nicht hinhalten. Vorher rollt nämlich Ihrer. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Holy. Viertes Kapitel. Trügerische Sicherheit. Wie angenehm. Jetzt ist mir klar, warum Professor Lamptree vom verregneten England hierher gezogen ist. Wohl kaum wegen des milden Klimas. Ohne meinen legendären Charme und den exzellenten Kontakten hätten wir seiner gut verwischten Spur nie folgen können. Versteckt sich der Professor hier? Zumindest ist er komplett von der Bildfläche verschwunden. Wo fangen wir mit unserer Suche an? Wir könnten einfach die Leute fragen. Ich werde zuerst mal bei den örtlichen Behörden mit meinem Dienstausweis Eindruck schicken. Aber dazu brauche ich Ihre Unterstützung. So? Manchmal sind weibliche Vorzüge sehr hilfreich. Vorzüge? Er meint Reize. Sie finden also, ich verfüge über weibliche Reize? Nun ja, zumindest über mehr als ich. Ich unterbreche Erwachsene ja nur ungern, wenn sie sich unterhalten. Aber ich bin müde und Durst habe ich auch. Also das schaffen wir wahrscheinlich ausnahmsweise auch mal ohne deine geschätzte Mithilfe. Hier hast du Geld. Geh in den Pub dort drüben, kauf dir eine Limonade und warte da auf uns. Okay. Ach, Gwen. Ja? Nichts. Viel Spaß. Erstmal das Kind im Pub abstellen. Achso. Sag mal, junge Dame, du bist doch nicht etwa ganz allein hier. Bisschen, Gwen. Nö, aber Behördenbesuche langweilen Mädchen in meinem Alter ziemlich. Mein Dad ist nämlich zum Rathaus gegangen, weil er jemanden sucht. Jemanden von der Insel? Ja, Professor Langtree. Kennen Sie den? Leider nein. Ist zumindest kein Stammgast. Ich bin aber auch noch nicht so lange hier. Hab den Pub erst vor kurzem von meinem Onker geerbt. Hm, aber das hier ist ein kleines Nest. Hier kennt eigentlich jeder jeden. Das habe ich Daddy ja auch gesagt. Dann werde ich mich einfach mal ein bisschen im Hafen umhören. Ja, tu das. Verlaufen kannst du dich hier auf jeden Fall nicht. Ja, aber ich hätte gern noch meine Limonade. Darf ich sie noch mal stören? Aber klar doch, junge Dame. Eine Limonade, bitte. Ey. Ist Ihnen vielleicht noch was zum Professor eingefallen? Leider nicht. Frag mal die Alteingesessenen im Hafen. Die müssten dir helfen können. Das ist eine ziemlich beeindruckende Autogrammsammlung, Sir. Vor dem Tod meines Onkels haben sich eine Menge berühmter Leute hier ihr Pein schmecken lassen. Gott hab ihn selig. Ich musste versprechen, die Sammlung zu hüten wie meinen Augapfel. Ich mache mich dann wieder auf die Suche. Und ich drücke dir die Daumen, junge Dame. Irgendwie bin ich enttäuscht, dass wir keine Limonade haben dürfen.